Gegen Hannover noch geschont, gegen Moskau wohl mit dabei. Bastian Schweinsteiger fehlte der Mannschaft zuletzt verletzungsbedingt, ist jetzt wieder so gut wie fit. Abschlusstraining vor dem Champions-League-Auftakt gegen ZSKA Moskau. Trainer Pep Guardiola sucht das Gespräch mit seinem Mittelfeldmotor. Schweinsteiger wird gebraucht, besonders nach der Kritik von Matthias Sammer an der Mannschaft nach dem Sieg gegen Hannover. Das erste Aufeinandertreffen mit dem Team aus Moskau. Die Münchner wollen einen guten Start hinlegen und die ersten drei Punkte einfahren. Vermutlich mit Bastian Schweinsteiger in der Startaufstellung.